um aber wo du reingegangen bist hast du einen kreis in den kreis gelaufen hast du gedacht im 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 Sollte Ich habe mich umgebaut. Ich habe jetzt 156.000 SPS und 310.000 Leben und 15.000 Fähigkeitsstärke. Wie viel zähl ich gesagt hast du? 310.000. Ja. 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 Ich probiere mal den finalen Maßnahme aus. Ja, gell? Die Kack hat da hinten im Hintergrund rum. Ja. Jetzt darfst du nur noch. Ja, ich verbiete es dir. Und als zweites habe ich drin einsam erhält, damit ich hier nicht mehr... dann muss ich halt mit 1250 Schuss klarkommen. Wenn das eh gefixt wird, dann bleibt es so. Wie viel hast du? Also Dagi halt. Was? Deine Stats halt. SPS 200, Fähigkeit 407 und Fertigkeit 18.000. Hm. Okay. Die finale Maßnahme liegt drin und 4 von Stürmer. Ich habe 4 finale Maßnahme und 2 vom einsamen Held. Okay. Ja, Mann. Schon noch ordentlich stärker auf jeden Fall. Was passiert, wenn sie mich mit der Granate abwerfen? Ja, ja, klar. Dann kannst du es wieder. Wir wissen, dass es auch mit der Lake geht. Mhm. Ich habe jetzt... Oh, warte, lass ich mal kurz schauen. Ich habe jetzt... Ähm... Ähm... 75% Rüstung. Hohoho. Ja, Mann. Das ist gut. 75%, die haben es doch mal gut. Cool, Mann. Ich habe Maximum. Mhm. Das sind aber 2500 Leben. Wenn ich jetzt mehr Leben drauf mache, dann müsst ihr ja richtig abgehen mit den Leben. Ja. Das, das ist meine M1 bei mir. Ich habe es grau angemalt. Ja. Das heißt auch Splitterberg Tarnung. Splitterberg. Ja, ich meine auch das M1. Das Rot-Blaue. Oder Grau-Rot. Irgendwie so. Ja? Ja, Mann. Äh... Rot-Blau. Oder Rot... Blässig. Oder Rot-Grau. Sowas. Was? Nee. Grau-Sort. อสหรือบ Nein. Weiß... Komisch. Wie kann man sagen... Fast... ...so perlweiß... Aber ja, Kao. Mmh. Schau mal. Perlenweiß. Ciao. WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIisIIIIIIIIIIIIIIIIIiiIisisS. Ich muss noch ein bisschen rumschrauben, ich glaube ich habe da ein bisschen zu viel Rüstung eingekauft. Wann ist ein Maximum an Rüstung erreicht? Ich glaube bei 5400 sowas im Dreh, musst du mal gucken. Okay, das ist es nämlich, weil ich habe überall Rüstung eingekauft. Ich habe jetzt 1500, 2500... Das steht doch dran. Da brauchst du nicht nachrechnen. Das steht über dem Rüstungswert. Über dem Rüstungswert steht das. Jetzt habt ihr noch das Zeug da drin liegen lassen, ich nehme das jetzt mit. Über dem Rüstungswert sagst du? Auf Charakter, Überleben, Rüstung steht drauf. Zähigkeit, maximal Rüstung. Wie viel hast du? Ich habe da 5600, 53. Und maximal ist wie viel? 5400, noch was. Okay. Ich habe hier nur 4,9. Ich habe 70. Ich habe 5400, genau. Und ich habe 75%. Boah, okay, dann weiß ich, was ich machen kann. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich habe 1 zu viel. Boah, ich würde am liebsten wieder zurückgehen und das ändern. Aber jetzt machen wir mal. Das mache ich später. Dann mache ich einmal Rüstung raus, mache einmal Fertigkeitsstärke rein. Dann kann ich einmal ändern, dann habe ich auch voll viel Zähigkeit. Ja. Und wir mal hier runter wieder, oder? Weiß ich nicht, ich will ein paar Granaten werfen. Ich will probieren, wie das letzte Maßnahmenteil ist. Ich auch. Das sind wir beide, die Granaten werfen. Ja. Und ich hoffe, dass es auch mit allen Granaten funktioniert. Das wäre geil. Oh. Was ist maximal Equip-Ausrüstung? Also Gearscore Level. Mhm. Mhm. Alter, wird bei dir die Dings auch anders angezeigt? Achso. Äh, schau mal auf dein Minimap links oben, auf dein Radar. Das ist irgendwie feiner wie vorhin. Wenn Gegner in der Nähe sind. Gegner, weil wir sie anvisiert haben. Achso. Mit dem Sichtimpuls. Ah, okay. Das war ja immer so. Mhm. Okay. Okay. Private. Ey, mal schön hinter mir bleiben. Und nicht auf den Arsch glotzen. Ich war ein Fritz. Ich bin vor dir. Das funktioniert nicht. Und scheiß bist du vor mir. Boah, warum bist du schneller wie ich? Hinter mir. Nein, Mann, du bist vor mir. Dann komm wieder auf gleich schnell. Ja, Mann, ja. Du bist hinter mir. Nein! Private, zurück! Wenn's so weiter geht, kriegst ich dich nach so vor sich trocken. Verdammts. Du könntest dir ernsthaft was tun. Nein. Ich hab ja die Verantwortung über diesen Sport. Verdammt. Ne, ist doch keiner. Oh shit. Sieht leer aus, ja. Nichts. Oh, ein Wahrzeichen. Ich bin mal gespannt. Loll. Loll. Das ist ja schon cool. Alter, was ist denn das für ein komisches Wahrzeichen? Wie gesagt. Markus von hinten. Und Markus von hinten? Mh. Mh. Bisschen etwas jetzt ab. Einmal nach unten, Kollege. Eieieieieiei. Deswegen bist du auf der Private. Einmal schon hinter mir bleiben. Warte, warte. Nein, die ist nicht Pfund. Nein, mal nicht mit der, du musst du normale Nate nehmen. Ja, das ist scheiße. Ach, Alter, weißt du nicht wie Granaten die werfen? Ja, auch. Da sind wir ein Pföffel. Achso, okay. So, probier mal das doch mal gleich aus. Ha, ich hab den Buff. Ich auch. Du auch? Ja. Der geht noch. Okay, der geht auch wieder weg. Das ist scheiße. Ja klar, der geht gleich noch wieder weg. Ich muss die keine Männer aufgeben. Aber die Zwerheit schon lang? Ja übel. Kann man ja irgendjemand eine Nate werfen? Boah, die kommt hier. Ja, die vorne. Die kommt hier. Boah verdammt. Wo? Verdammt, die hinten. So. Headsharm. Headsharm. Hehehehe. das ist voll cool das problem ist es muss hat genau die nelser die die aufwerfen weil ich habe eine normale nate gehabt die habe ich nicht mehr bekommen das ist cool hat lieber fallen lassen eine midas eine vektor kaliber ich mache es jetzt mal anders ich gehe jetzt mal leute ich gehe ich befördere den navigator ich gehe jetzt noch mal zur poststelle und brauche noch kurz was um was schatz das hier ich habe nur wasser ich bin schon auf dem Weg raus ich lasse das Zeug einfach da das ist eine Mieter sind fertig ich gehe nochmal auf der Worte nicht aber ich gehe halt so zum Dings noch glaube ich richtig ja ich gehe noch zur poststelle die Vision Packs sind voll das geht oder was 999 glaube ich ja boah das ist schade dass du nicht mehr geht sehe ich sag ich mal irgendwie warte doch mach 1 5 4 4 5 6 7 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017